Hallihallo hallöle liebe YouTube-Gemeinder und herzlich willkommen zu einem neuen Ranking zum Thema Meine liebsten Game of Thrones Charaktere in der Serie. Es sind 5 an der Zahl. Platz Nummer 5 ist John Schnee. Nummer 4 Davos Seewert oder der Zwiebelritter. Nummer 3 Samble Tarly. Nummer 2 Arya Stark. Vier Charaktere, die es nicht in das Ranking geschafft haben, trotzdem aber ein Platz in meinem Game of Thrones Herzen haben. Hodor, Gendry, Tyrion und Bron. Die Nummer 1. Das, was ihr aus meinem Game of Thrones Tag eigentlich schon wisst, wer mein Lieblingscharakter in Game of Thrones ist. Ein Charakter, der schon lange tot ist. Edward Stark. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und hier in der Endcard könnt ihr jetzt ein Video anklicken, was euch vielleicht noch interessieren könnte. Oder ihr klickt mal auf den Button, wo mein Gesicht drauf ist und da kommt ihr zu meinem Kanal. Also dann, Tschüssi!